hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal holy lol heute mal was ganz anderes ich habe eine breaking news für euch ich habe gerade ein bild bekommen auf dem zu sehen ist wie der mars rover ein alien fotografiert hat unglaublich aber wahr es ist die erste begegnung mit einem alien auf dem mars dieses bild ist nichts für zart beseitete nein nur für die harten der harten unter euch ich werde dieses bild gleich einblenden möchte euch die gelegenheit geben jetzt dieses video zu beenden wenn ihr zu viel angst haben solltet vor der wahrheit denn die wahrheit ist da draußen jetzt in drei sekunden werde ich das bild einblenden und euch die wahrheit zeigen die menschheit ist nicht alleine 3 2 1 da ist das bild ihr seht ihn der alien er ist behaart er hat eine lange nase unglaublich ich würde gerne wissen wie die menschheit jetzt auf sowas reagiert werden wir ihn bekämpfen werden wir ihn kuscheln mit seinem feld ich weiß es nicht jetzt müssen wir abwarten was die regierungen der welt dazu sagen werden mehr können wir nicht machen ich hoffe ich habe euch nicht allzu sehr geschockt und ich bin froh dass die ganze welt jetzt weiß wir sind nicht alleine im universum kleine haarige langnasige pelzige lebewesen leben auf dem mars danke für eure aufmerksamkeit ich hoffe ihr könnt mir den kleinen scherz verzeihen bitte nicht zu ernst nehmen kriegt keine panik die welt geht nicht unter ich wünsche euch noch einen schönen tag